Die Netze BW GmbH ist ein Verteilnetzbetreiber im ENBW Energie Baden-Württemberg-Konzern. Sie betreibt das Verteilnetz in diversen Regionen Baden-Württembergs für die Energiearten Strom und Gas. In einigen Gebieten betreibt sie auch das Wassernetz. Aktivitäten Das Geschäftsfeld umfasst sowohl Wasser-, Strom- und Gas-Fernwärme hingegen ist der ENBW EZG zugeordnet. Die Netze BW versorgt rund 3 Millionen Haushalte und Betriebe. Das Stromverteilnetz hat eine Länge von mehr als 100.000 Kilometer. Das Rohrnetz für Erdgas beträgt 4.700 Kilometern und das Wasserrohrnetz rund 2.500 Kilometer. In der Gesellschaft findet unter anderem die Ausbildung in den technischen Bereichen der ENBW statt. Das Unternehmen beschäftigte per 31. Dezember 2013 3.323 Mitarbeiter und 580 Auszubildende. Hintergrund Aufgrund von neuen Richtlinien wie unter anderem dem Energiewirtschaftsgesetz wurde das Unternehmen 2014 von ENBW Regional AG in Netze BW GmbH umfirmiert. Dadurch wurde der gesetzlichen Forderung der Entflechtung zwischen Erzeuger- und Verteilergesellschaft nachgekommen. Rückwirkend zum 1. Januar 2012 übernahm die Netze BW die Vermögenswerte und Aktivitäten der ENBW Gas GmbH und der ENBW Gasnetz GmbH. Beide Gesellschaften wurden am 30. Juli 2012 durch die Eintragung im Registergericht rechtswirksam mit der Netze BW verschmolzen, wodurch die Bereiche Planung, Bau und Betrieb des Gasnetzes in einem Unternehmen integriert wurden. Als Rechtsnachfolgerin übernahm die Netze BW auch die Gaskonzessionsverträge mit Städten und Gemeinden.